11 zu 0 Torschüsse, 83% Ballbesitz und am Ende ein 3 zu 0 Sieg lassen sich echt gut lesen für die Borussia aus Dortmund, die somit das erstrunden DFB-Pokalspiel gegen 1860 München für sich entscheiden konnten. In dieser Taktikanalyse zeige ich euch, was beim ersten Spiel nach der Rückkehr von Cheftrainer Edin Terzic schon gut funktioniert hat, aber eben auch, was trotz des guten Ergebnisses noch nicht so gut funktioniert hat und wo man sich noch Sorgen machen muss. Um dann letztendlich das ganze Spiel zu verstehen, starten wir erst einmal mit den Formationen beider Mannschaften und wir sehen hier eine Aufbausituation von Dortmund, die im 4-2-1-3 gestartet sind. In dem Fall sind jetzt halt beide Außenverteidiger der Viererkette mit Meunier und Guerrero ein bisschen vorgeschoben und aufgerückt. Damit man halt die Breite des Spielfelds nutzt, um sich dann halt besser hinten heraus zu kombinieren und trotzdem die Breite zu nutzen, ist meistens Mo Dahoud, der 6er zwischen die beiden Innenverteidiger Süle und Schlotterbeck, während der andere 6er bzw. 8er Jude Bellingham des öfteren rechts neben Süle ist, um dann eben halt auch dem Aufbauspiel zu helfen. Und so hatte man dann halt immer so eine Art Dreierkette von hinten heraus, um sich nach vorne zu spielen. Wenn wir gerade noch bei dem Bild bleiben, sehen wir auch schon mal, dass 1860 relativ hoch steht, dafür, dass sie ein Drittligist gegen ein Bundesligist sind. Hier dann also noch eine Aufbausituation. Hier ist es dann eben so, dass Mo Dahoud als 6er zwischen die beiden Innenverteidiger gerückt ist. Somit hat man dann halt hinten eine Fünferkette. Und in dem Fall ist jetzt der Ball gerade auf Guerrero, auf linksaußen, der halt deshalb ein bisschen höher steht und den Ball vorantreibt. Und gerade deshalb sieht man jetzt halt auch, was passiert, wenn Dortmund in ihrem Spiel weiter vorkommt. Denn Bellingham, der ja davor auf der Doppelsex mit Dahoud war, rückt dann 1 nach vorne. Neben Michael Reus, der ja davor 10er war und die bilden dann, die sind dann immer auf einer Linie, so von der Höhe circa. Und dann haben wir davor halt den Dreierangriff aus Adeyemi, Moukoko, Mahlen, die halt auch auf einer Höhe sind, aber über das ganze Spiel hinweg eigentlich nie rotiert haben, sodass dann immer Moukoko zentral war, Adeyemi rechts und Mahlen links. Dann das nächste Bild, da haben wir immer noch Dortmund im Ballbesitz, nun aber weiter nach vorne kombiniert und zwar im gegnerischen 16er. Und da ist es jetzt auch interessant zu sehen, wie sich die Spieler formieren, denn dann war es halt immer so, dass Dahoud, der hier rot eingekreist ist, allein so im 6er Bereich war und so die Bälle verteilt hat. Dann hatte man jeweils rechts und links, wir sehen es jetzt hier in dem Fall nur rechts, einmal den Außenverteidiger und den Flügel, wobei das nicht festgelegt war, wer wo ist, da hat man immer rotiert. Einer war halt außen ganz weit an der Außenginie, während der andere ein bisschen invers war, aber nicht in vorderster Front, so wie wir es hier jetzt von Adeyemi sehen. Und so war es dann auch oft, dass einer innen war und dann der Außen hinterlaufen hat, damit der dann in die Tiefe starten kann. Das war dann links wie rechts, links halt mit Mahlen und Guerrero. Und wieder haben wir dann das Zweierpaar aus Jude Bellingham und Michael Reus, die so auf einer Höhe sind und sich dann halt in dem Fall zwischen den Halbräumen bewegt haben, um dann halt immer eine Anspielstation darzustellen, haben sich oft freigelaufen und ja, können von der Position aus dann halt auch gut in die Tiefe starten, wenn man über außen einen Durchbruch schafft. Und zentral vorne drin war dann halt eben Yusufa Mukoko. Das Ganze bringt uns dann zur Formation von 1860 München und die haben, wie wir es hier sehen, in einem 4-1-2-1-2 gespielt, mit der Viererkette hinten, dann mit einem sehr tiefen Sechser vor der Abwehrkette, dann die zwei Mittelfeldspieler davor, wobei die halt eher so als Flügel agiert haben, dann halt ein Zehner und zwei Stürmer davor. Das Ganze hat dann halt auf jeden Fall ein Problem dargestellt für die Münchner, denn somit hatte man fünf Spieler, die eher offensiv ausgerichtet waren und im Gegenzug halt eben nur fünf, die auf die Defensive ausgerichtet waren zum Verteidigen. 1860 stand außerdem ziemlich hoch, in der ersten Halbzeit haben schon ziemlich hoch angegriffen und durch die Formation war das Mittelfeld halt extrem offen und es gab eine große Lücke zwischen der Offensive und dem Sechser. Dies lag eventuell daran, dass Kölner, also der Trainer von 1860, mit einer Fünferkette auf der Seite von Dortmund gerechnet hatte und so hätte das Verhältnis dann halt eher gestimmt. Da Dortmund eine Viererkette gespielt hat, hatten sie dann eben mehr Offensive und 1860 hatte zu wenig Defensive und dadurch gab es halt immer so Unterzahlssituationen für 1860 in der Defensive, was jetzt nicht unbedingt von Vorteil ist gegen so einen guten Bundesligisten. Und die Räume, die sich dann halt eben für Dortmund ergeben haben, haben sie dann halt auch echt gut ausgenutzt und halt vor allem über die Außen, wo dann auch Daniel Mahlen das 1 zu 0 durch eine gute Einzelleistung erzielt und dann auch das 2 zu 0 entscheidend einleitet. Wir haben hier eben Guerrero, der als Linksverteidiger außen ist, wie ich es vorhin gesagt habe und dann halt eben Daniel Mahlen, der ein bisschen inverse steht. Mahlen erhält dann halt eben den Ball, während Reus gut in die Tiefe einstarten kann, weil die anderen Spieler die Abwehrkette von 1860 nach hinten gedrängt haben. Reus startet dann halt gut ein, kriegt einen guten Pass gespielt von Mahlen und der andere Achter, Jude Bellingham, startet eben genauso aus gleicher Position wie Reus ein, wodurch er dann halt auf gleicher Höhe am Ende einläuft und perfekt ins leere Tor einschieben kann, was ein richtig guter Spielzug war. Und wir betrachten jetzt auch noch das 3 zu 0, was wieder über die linke Seite entsteht mit Guerrero, der hier den Ball hat und erneut auf Mahlen spielt. Der wird dann attackiert, zum einen vom Rechtsverteidiger, aber auch vom Sechser von 1860. Mahlen dreht sich dann halt eben auf, nachdem er den Ball erhält. Ja, er setzt sich ein bisschen glücklich durch, aber durch den Pass hat man dann halt eben 3 Spieler überspielt. Und wir sehen es jetzt hier, er hat nur noch 3 Spieler vor sich und halt eben auch 3 Mitspieler, wovon jeder einen bindet. Wir haben ja jeweils eine 1 gegen 1 Situation. Der Rechtsverteidiger der 4er-Kette fehlt halt eben, weil er gerade von Mahlen herausgezogen wurde, indem er sich nach hinten bewegt hat und den Ball abgeholt hat. Aber wir gehen einen Schritt weiter und wir sehen hier, da ist noch ein 4. Offensivspieler von Dortmund, nämlich Karim Adeyemi, der halt eben absichtlich weit draußen bleibt, um die Breite des Spielfelds zu nutzen. Mahlen treibt den Ball dann halt gut voran und bringt ihn letztendlich in den Raum für Adeyemi. Ja, und auch der Abschluss, dass der reingeht, ist glücklich, aber vom Grund her ist es gut rausgespielt, auf jeden Fall. Aber halt auch schlecht verteidigt in dem Fall. Was uns dann aber letztendlich zur zweiten Halbzeit bringt, denn 1860 hat seine Lehren gezogen. In der ersten Halbzeit stand man zu hoch, man hat sich viel zu oft überspielen lassen. Und daher hat man dann in der zweiten Halbzeit extrem tief und kompakt verteidigt, hat das Ganze dann aber auch richtig gut gemacht. Und dementsprechend ist Dortmund dann in der zweiten Halbzeit auch kein Tor mehr gelungen, was halt daran lag, dass man ziemlich ideenlos war gegen die tiefe Abwehr von 1860. Und man hatte zwar einige gute Distanzschüsse, aber ja, wirklich was herausgespielt hat man sich nicht. Man hatte nur eine klare Torchance in der zweiten Halbzeit und das war nach einem Ballgewinn von Reus, wo halt Verlath, also der Innenverteidiger von München, den Ball dumm vertändelt hat. Also man hatte keine wirkliche klare Torchance mehr sich herausgespielt. So kam es dann auch in der zweiten Halbzeit, weil man eben planlos war zu vielen hohen Flanken in den Strafraum, die halt absolut nichts gebracht haben, weil man nicht im Ansatz einen Kopfballsteigstürmer vorne drin hatte. Und das bringt einen dann halt auch wieder zur Erkenntnis, dass ein Stoßstürmer fehlt, wie man ihn halt mit Allaire verpflichtet hat, der halt eben leider ausfällt. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass es gut ist, dass Dortmund auf jeden Fall noch auf der Suche nach einem weiteren Stoßstürmer ist, der auch Kopfballsteig ist und auch mal Flanken verwerten kann. 1860 war trotz der offensiven Spielweise zur ersten Halbzeit extrem ungefährlich und hatte ja letztendlich keine wirkliche Chance. Dennoch war ein Muster zu erkennen, wie sie zu Chancen kommen wollten. Und das war, dass man über die Außen, so auf Mittelfeldhöhe, lange Bälle zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger von Dortmund schlägt. So, auch hier in dem Beispiel, wo der Ball zwischen Guerrero und Schlotterbeck kommt, es starten dann halt eben die Innenverteidiger ein, um das Ganze zu verteidigen. Und Schlotterbeck macht das Ganze souverän dann, klärt den Ball mit einem guten Tackling. Und das Ganze ist auch über die andere Seite passiert, wo dann auch Süle einen souveränen Eindruck gemacht hatte. Also defensiv war es auf jeden Fall kein schlechter Auftritt von Dortmund. Auch wenn jetzt ein Drittliga-Gegner nicht unbedingt der perfekte Maßstab ist. Letztendlich lässt sich festhalten, dass Dortmund auf jeden Fall gute Ansätze gezeigt hat, dass man über die Außen zu Torchancen kommt. Generell ging durch das Zentrum recht wenig, also durch das Sturmzentrum. Da habe ich auch hier mal einen Screenshot, wo die meisten Ballaktionen waren. Und da sieht man, es ging halt vor allem über die Außen. Was dann halt gut ist, wenn die Außen auf das Tor zuziehen, beziehungsweise gute, flache Flanken bringen. Aber wenn man dann halt ins Zentrum hochflankt, da ist halt im Moment kein Abnehmer von Dortmund. Und das ist so eine kleine Problemstelle. Aber dennoch war es jetzt kein schlechter Auftritt. Und letztendlich kann man auf jeden Fall mit einem recht guten Gefühl in das erste Saison-Duell gegen Leverkusen starten, die sich ja ein bisschen schwerer getan haben gegen einen anderen Drittligisten. Das war es also soweit von mir. Was sagt ihr zu meinen Erkenntnissen des Spiels? Habt ihr was anderes wahrgenommen? Seht ihr irgendwas ganz anders wie ich? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao.